Mann, ey. So einscheidend. Es ist alles deine Schuld. Echt? Wieso? Ist das ein Bixer? Gar nicht wahr. Abkürzer. Boah, krass. Echt krass. Weißt du was draus gefahren? Echt krass Abkürzung. Wo ist denn da die Dinger? Ja, was ist? Ach so. Du warst ja doch Erster. Ich hab dich plötzlich nicht mehr gesehen. Ich hab dich gekürzt. Ja, und ich dachte du wärst dann einfach... Oh, Mann, ey. Ja, ich hab... Ich hab's noch erwischt. Ja, und ich hätt's sowieso erwischt. Ich dachte, du wärst dann hinter mir gewesen. Weil du umgedreht hättest, weil du gesehen hast, dass ich so'n... Rakete abgefeuert hab. Mann, ey, aber hast du das gar nicht. Das ist viel dümmer. Äh. Das ist eine Asche. Darauf hab ich gewartet. Dann hab ich geklappt. Ich war zu weit weg. Ja, ich weiß aber... Ja, jetzt waren wir fast. Hab ich kurz geblinzelt. Nein! Mann, das war ein Scheiß. Ey, was hast du jetzt gemacht? Geh doch weg! Verpiss dich halt. Du blöder Lutscher! Mann, lass doch! Ach, was soll denn das? Ist schneller. Ach, jetzt bin ich auf der Seite gespawnt! Genau! So eine Scheiße! Echt mal! Geh! Öff! Ah! Oh! Ruhig dich mal wieder in hier! Toll! Komm hier hin! Toll, bringt mir das nix! Ey, dieser Scheiß Schneemann! Mann! Ja, genau! Ist doch noch ein Scheiß-Paket vor mir! Mann! Nö! Das sind wir ganz... Nein! Nein! Genau das hat der mit mir gemacht! Bloß, dass ich runtergefahren... Fallen bin! Achso! Das ist ja nice! So einfach sein! Was ich schlimm finde, ist, dass ich... Wenn ich jetzt hier hinten bleib, hast du noch ne Chance! Ja! Welcher Mixer, ey! Das war so gut getan! Cool! Uh, Schwein, kriegst du auch noch das! Wenn ich krieg was, was dir hilft! Uh! Mixer! Du bist ne Arschloch! Weißt du das? Scheiß ab, Kürzel! Kürzel halt auch ab! Ja, ich kenn die nicht! Ich weiß nicht genau, wie die da verläuft! Tja! Ja, ich weiß, bei der... Bei der werden wir hier auch nicht sicher! Da muss ich mal langsam erfahren, damit ich sie finde! Ich glaub, dann bringt's auch nicht mehr so viel! Naja... Doch, bissl was! Weil du doch, äh... Einiges sparst an... Bogen! Ey, Alter! Die catchen mich voll! Scheiß Kröte! Na du Wichser! Schade! Ich dachte, da fährst du jetzt rein! Nein! Ich überleg da mal ein bisschen was hin! Lustig! Ja! Bringt bloß nix, wenn die letzte Runde ist! Ja! Das ist richtig! Nein! Es gibt halt Gas, Junge! Oh! Zweiter! Nice! Echt? Du bist Zweiter? Scheiße! Und ich hol' dich noch! Ich sag's dir! Tod! Da kommt was! Erstmal! Schleller sei noch! Ja, genau! Ich würde dich abwerfen, kurz bevor du getroffen bist! Scheiße! Guck mal, weil ich vorne bin, ey! Oh Mann, ey! Das war meins! Ich weiß! Ich weiß! Warum war das immer noch da? Weiß ich nicht! Oh, wo geht's jetzt da rein? Mann! Toll! Bin so blöd! Ey! Langsam mal gefahren, hab das Ding nicht gekriegt! Was für'n Ding? Die Abgehörsung, ich find's hier nicht! Ey, du Wichser, ey! Diese scheiß Resshuhn! Hier, der Gepflex ist irgendwo rein! Ja, ich hab's nicht gesehen! Hat mich voll rausgehauen! Mann, ey! Voll krass, wie die einen wegcatchen! Ich hab'n pissen! Ey, weiß auch nicht! Hast ja auch gesehen! Man kommt irgendwie schlecht von sich aneinander wieder weg! Ja! Damit man zusammenkriegt! Ist auch schon geil! Aber eines kurz der Turbo! Nein! Wieso mache ich so viel Scheiße? Ähm! Das lässt mich vor. Mh! Was soll denn die Scheiße? Höhöh! Was soll denn der Dreck? Fährt er einfach links runter. Kannst du dir ein Video anschauen? Ich habe nicht nach links gelenkt. Definitely not. Äh, ey! Wow! Ich dachte, ich habe gar nicht aufgepasst. Toll, Zweiter. Was hast du davon? Das will ich aber hier an... Ja, toll. Das bringt mehr viel. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, was kommt denn da auf dich zu, hä? Nein, nein, nein! Ich bin nicht zu... Nein, nein! Nein! Was soll denn das? Was warst du denn? Ja, was soll denn die Scheiße? Was warst du denn? Was warst du denn? Du hast aber nach links gelenkt, oder? Ja, aber der hat voll krass nach links gelenkt. Ja, toll. Ja, toll. Was soll denn das? Verdammt normal. Was ist denn jetzt mit deiner Tastatur los? Scheiß A-Taste. Achso, die verwende ich halt so oft zum Rennen fahren. Du Lappen. Ich meine, dem polierst du mich auch noch. Was? Ich? Ja, du. Immer ich. Ja, das ist echt zum Teil voll gesponnen. Das ist echt krass. Das kann aber eigentlich nicht so normal spinnst du nicht. Ja, ist. Ja, toll. Du kannst es dir anschauen, das Video. Was der zum Teil für einen Scheiß macht. Was meinst du? Hm. Bis dich halt, wie schnell du wieder bist. Boah, krass voll drüber gesponnen. Ich bin der Erste. Du kriegst nie den Preis. Ich bin der Erste. Sind die alle so schnell? Ja, das... Weiß ich gar nicht. Voll geil abkürzt, Junge. Kannst du dir anschauen. Alter, jetzt bepisst euch mal. Die catchen mich alle. Ich bin der Erste. Jetzt mal. Da weiß ich auch nicht, wie die Abkürzung geht. Dann musst du da ins Gebäude reinfahren, wo... Ja. Das ist voller Abkürzer, Junge. Ich hab's halt drauf. Jetzt, wo ich ja so... Äh. Was denn? Hm, ich weiß auch nicht. Mama hat mich getroffen. Weißt du, wo ich ein Dritter bin? Weil ich es mir leisten kann. So. Ich werde nur noch sehen. Jetzt bin ich's weiter. Kann ich mir auch leisten. Ja, Mann, ey. Muss der Wichser ein Turbo ziehen. Ja. Ich auch. Ich bin der vorhin geblieben. Ey! Ui! Du hast gesehen, ich komm auf und den verhauts voll. Das kenn ich. Das kenn ich. Aber wir hätten hier einen Platten. Das ging, glaub ich wär's. Das kann voll, als hätte jemand... Wenn man das durchfährt. Da kenn ich mich. Kann man nach hinten abwerfen? Ja, steuere. Ja, nach hinten gucken. Scheiße. Mann! Muss nach hinten gucken. Was war'n das jetzt? Oh! Oh, was du! Hahaha! Du bist draus gefahren! Hahaha! Ich schau' mal kurz nach, wie du nach hinten gucken kannst. Steuerung-Taste. Tatsächlich. Ich überhole dich! Ich bin nicht blöd! 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 Aber wegen den Platten heißt... Da gibt's bei uns so'n Weg, wo man in die Kreiskommission reinkommt. Mhm. Der ist auch so gepflastert. Scheiße! Der ist auch so gepflastert, ne? Wie es man mit Rühe fährt hat, könnte man meine Platten. Wahrscheinlich sind die Platten locker. Drum denken wir's. Schau, hier oben geht's rein. So. Ah! Ah! Aber diese Abkürzung... Diese... solche Abkürzung bringt's doch auch 150 nicht mehr, weil man so schnell ist. Ja. Ah! Hahaha! Was willst du denn? Hoppala! Zum Wohl, die Dinger! Hätt' die Kosten erwischt, oder? Oh Mann, ey! Wie unfair! Ich hab' dich drauf geschaut! Ich hab' dich auch nicht bemerkt! Ich hab' dich auch nicht bemerkt! So ein Scheißdreck! Dinn! Wär mal langsamer, Junge! Nee! Sonst krieg' ich nicht... Sonst krieg' ich die Rakete! Ich will die nicht erwischen! Ja, die siehste natürlich wieder! Ja, natürlich! Oh Mann, ey... Wie die zum Teil driften, ist ja voll pervers! Ja, toll! So, jetzt hab ich schon mal drüber im Standplatz geholt! Toi... Wie pervers sind die zum Teil driften! Was wär's denn für'n Scheiß? Was wär's denn für'n Scheiß? Nein, nein! Nein, das ist unfair! Ich bleib bitte dir still in so'n Scheiß! Ja, aber... Trotzdem, ich konnte ja dir vorbei! Tja, wixem Kuppel! Sind wir beide hinten! Huch! Ich bin schon... Nein, du Wichser! Warum fliegt's nicht immer in meinen Weg? Weiß ich nicht! Jetzt hat es Kuppel besser... Ja, gut, ich hab auf dich geguckt! Das ist so ein Arschloch, ey! Weißt du, das ist alles! Das ist das Ding weg! Das ist so eine Rakete! Du bist so ein Wichser! Warum bauen da so viele Wichser? Das hast du, oder? Ja, natürlich! Du bist so ein Arschloch! Du bist so ein Arschloch! Jetzt grad so gucken! Nein! Wenn du hier bist, dann geht's hier links oben rein! Hier links rein! Oh, da links zwischen dem Bein rein! Ja, wenn der mich jetzt nicht geschubst hätte! Schubst nicht! Hier dann nach rechts! Shisha schubst nicht! Um! 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 Links, Mann! Echt links? Ja! Ja, toll! Zwei ich rückwärts! Das hab ich doch gesagt! Bist du ein Arschloch! Du hast rechts gesagt! Natürlich! Das war Absicht! Ja, aber weiß ich doch nicht! Ich hab's nur nach rechts eigentlich gesehen! Ah, toll! Jetzt bin ich schon wieder wegen dir! Bist du ein Arschloch! Nein! Immer ich! So asozial! Junge! Nein! Weil ich will auch seinen Spaß haben! Zwei! Zwei! Nein! Ach komm schon! Das hab ich echt nicht gesehen! Warte, das ist ich! Zwei! Zwei! Nein, du wirst vielleicht noch zweiter! Oh, doch! Zwei! Doch, ich kann nicht! Ich schenk dir was! Zwei! Jetzt hab ich dir schon wieder da nach links gelenkt! Was soll denn der Scheiß?! Das regt mich jetzt aber langsam auf! Schau her! Jetzt kann's wieder zweiter werden! Hab ich toll gemacht, gell? Ich hab ihn aufgehalten! Was soll denn das?! Bleibt der da hängen! Danke! Bitteschön! Zwei! Das ist ein Arschloch! Ich? Belenkt nach links! Geht doch jetzt! Das ist halt so schlecht. Cool, ich bin da oben drin. Das kann ich bloß nicht gebrauchen. Jetzt ist es vorzulaufen, das wär so geil. Boah, du Knicks. Das ist jetzt alles wieder schöner. Weißt du, da hab ich... Ich kann nicht mehr so leicht rein. AAH! AAH! Ok, der Rakete, Rakete, Rakete! Toll. Alles stand für mich und dann sowas. Nie. Aber danke. Jawoll. Ist egal, du bist gut. Ich weiß, dann haben wir die nächste Meisterschaft frei. Da können wir die auch gleich fahren. Ja. Penalo. Ich glaub, damit steht's... 1 zu 0! 2. Gut, und dann sehen wir uns dann bei der Meisterschaft 2 wieder. Bis denn! Tschüss!